Belgien gilt als brutalste Kolonialmacht. Zwar hatte Belgien nicht viele Kolonien und abseits vom Kongo nur eine sehr kleine Siedlung, jedoch ist einiges über die grausamen Verbrechen, die im Belgisch-Kongo begangen wurden, bekannt. Oft werden diese auch als Kongo-Greuel bezeichnet. Während der belgischen Kolonialherrschaft starben nach Schätzungen in etwa zwischen 1,5 Millionen und 13 Millionen Menschen, das wäre in etwa die Hälfte der damaligen Bevölkerung, zu den Ursachen zählen Tötungen und Not. Dies passierte alles von 1888 und 1908, also von etwa 20 Jahren. Es sind Unmengen von Fällen bekannt, bei denen Menschen, sogar Kinder, Körperteile wie Finger, Arme und Beine abgeschnitten, Menschen anderweitig gefoltert und oder vergewaltigt, Dörfer abgebrannt, geplündert wurden. Auch sind Fälle von abschreckendem Kannibalismus bekannt, wie zum Beispiel der Fall von Ensala, aber auch vielen anderen. Dies alles passierte zur Profitmaximierung bei der Gewinnung vom im Kongo angebauten Kautschuk. 1908 musste Belgien seine Kolonien dann aufgeben und eine Entschädigung von 50 Millionen Franc zahlen, während die damals begangenen Verbrechen nie wirklich aufgearbeitet wurden. Und die, wie sie heute heißt, Demokratische Republik Kongo ist noch immer relativ arm, unterentwickelt und instabil. Entschädigung von Fällen k�� used 死 kiste